Ich liebe die Gitarre in Bleed It Out, das ist so krass. Und dass Alex hier so ein Spotlight bekommt, wo nur er drin steht. Das sieht unfassbar cool aus und es macht ein extrem krasses Bild. Wie in so einem Hexenkessel, die Stimmung ist richtig krass. Die Atmosphäre ist Bombe. Die Atmosphäre ist Bombe. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Phoenix will einfach nicht singen. ZDF, 2020 Der ist krass gesungen. Und das ist wirklich so ein Kopfnicker-Song. Also du kannst eigentlich gar nicht anders. Und das ist wirklich so ein Kopfnicker-Song. Und das ist wirklich so ein Kopfnicker-Song. Das ist so ein schönes Bild, wie die alle zusammenstehen, sich richtig freuen, dass sie wieder Musik zusammen machen. Und Mike rappt hier. Der rappt hier so ein Part, das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Ist das ein neuer Song? Ich liebe das, wenn Songs so vermischt werden. Wenn ein Song in den anderen greift. Das war ja auch immer mit Bleed it out and it plays for my head so. Aber die haben da das getrennt. Das ist mega fresh. Das klingt mega cool. Und das gefällt mir. Mir gefällt es, wenn Mike und Dave da nebeneinander stehen. Oh, da geht mir das Herz auf. Und geil gespielt von Colin. Oh, da geht mir das Herz auf. Und das gefällt es, wenn Mike und Dave da nebeneinander stehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist so cool, dass sich die ständig auf die Drums von Colin stellt. Das ist so cool, dass sich die ständig auf die Drums von Colin stellt. Das ist so cool, dass sich die Ständig auf die Drums von Colin stellt. Das ist so cool, dass sich die Ständig auf die Drums von Colin stellt. Das ist so cool, dass sich die Ständig auf die Drums von Colin stellt. Das ist so cool, dass sich die Ständig auf die Drums von Colin stellt. Das ist so cool, dass sich die Ständig auf die Drums von Colin stellt.